Basically anywhere you look there is machine learning involved. Does it come with problems? Yes, of course. Viele KI-Modelle verarbeiten mithilfe neuronaler Netze hochkomplexe Aufgaben. Wie nachvollziehbar und zuverlässig die Ergebnisse sind, ist oft jedoch nicht klar. Stefanie Jigelka ist Informatikerin und verbindet maschinelles Lernen mit kombinatorischer Optimierung, um Algorithmen für KI-Modelle vertrauenswürdiger zu gestalten. Dabei interessiert sie sich vor allem für sogenannte Graph Neural Networks. What can you do with data that doesn't come in a standard form? One example could be that the data looks like a graph. So a graph is essentially composed of entities and their relationships. Like think of a social network, think of buyers and products. Think of a molecule that has atoms and their bonds. So in these cases what we have to encode essentially is the information we have about each of the entities, the nodes in the graph and their relationships, the structure of the connectivity. Auch in der Medikamentenforschung spielen Graph Neural Networks eine wichtige Rolle, wenn beispielsweise die Eigenschaften von verschiedenen Molekülen in Wirkstoffkombinationen analysiert werden. Damit die Modelle nicht nur mit Trainingsdaten zuverlässig funktionieren, müssen sie immer weiter optimiert und robuster konzipiert werden. So I think right now it's really hard to say that any machine learning model is like trustworthy throughout. So they will perform very well on data that is close to what they are trained to do and what they are trained on. But then there's a lot of examples where they fail. We try to understand how robust these models are. What do they actually learn? How would they perform? Can we predict how they perform? And also can we improve their performance? An der Technischen Universität München wird sie an vertrauenswürdigen und konsistenten KI-Modellen für die Zukunft arbeiten. We can actually improve the world with machine learning in so many different ways.